die bacon lasagne hashtag die bacon lasagne wir haben einfach diese seltsamen nudelplatten durch bacon ersetzt ist so punkt ihr wollt wissen wie das ding eigentlich fertig aussieht ja dann macht doch einfach selber nen bild und stellt es unter den hashtag die bacon lasagne ein das beste bild gewinnt was we will see